Musik Moinsins und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Payday 2 Hier spricht der Zukunfts-Olli, Vergangenheits-Olli oder Gegenwarts-Olli Moment, also hier spricht der Zukunfts-Olli nach dem Video Aber für euch spricht der Vergangenheits-Olli, der ihr das erste in Zukunft sehen werdet Und für mich spricht gerade der Gegenwarts-Olli Haben wir das geklärt Also, ihr werdet jetzt gleich einen Run von mir sehen, wie ich den Carshop spiele Natürlich mit erhöhter Schwierigkeitsgrad, da ich in diesem Run die Trophäen I Got This und Falco Genie geholt habe Die beiden hier Und ich musste mich extrem konzentrieren, deswegen habe ich bis kurz vor Schluss gar nichts gesagt Ich möchte mich auch dafür entschuldigen Tut mir leid Also, ich werde das jetzt mit ein bisschen Musik unter bzw. hinterlegen Und bis dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video Es hat mich 7,5 Stunden gekostet, dass ich diesen Run hier kriege Also, am Ende habe ich einen leichten Freuden-Ausbruch Also nicht, dass ich jetzt irgendwie in den Kommentaren heiße, falls ihr in der Sonne schaut Was bist du denn für ein Spaß, was überreagierst du denn so Es war halt einfach die pure Emotion, weil 7,5 Stunden schlagen halt schon ganz schön auf mein kleines Gamer-Herz Gut, das war's dann auch von mir Ich möchte euch nicht länger aufhalten Viel Spaß mit dem Video Gut, das war's dann auch von mir Gut, das war's dann auch von mir Das war's. Fancy place like this will keep the key secure. Look for a storage room. Das ist ein bloody Allerz, der Gott. Das ist ein fucking Drongo. So, can we switch partners? Come with me. Down. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Come with me. Follow 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 me. Ich kann wirklich ein Krok-Burger jetzt gehen. Ein guter Krok-Burger. Das wäre etwas. Down! Komm mit mir! Komm mit mir! Komm mit mir! Komm mit mir! Ich habe gerade einen neuen IT-Guy. Wenn wir in den Computer kommen, sollte ich die Tür öffnen. Schauen wir ein paar Informationen, wer dieser Mann ist, und finden seine PC. Ich habe einen Body Bag hier. Gott, bleib zurück. Gott, schau. Das war's für heute. 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 1. 1. 1. 1. 2. 6. 8. 10. God, stay quiet. God! My pressure inside was still pain. But I felt under attack. And now my mind's attack. And I've chosen my path. I've chosen my path. Careful, God! What if I finally read this helpless man? I'm trying to feel like I'm upside down. So I've got to turn it all on. I've got to feel like I'm upside down. So I've got to turn it all on. God! God! Teach me toその正面! I love it! God! You're right! God! God! You're right! God! God! Warte, Gott! Gott, stay alert! Gott, stay back! Warte, Gott! Gott, stay quiet! Look out, Gott! Warte, Gott! Warte, Gott! I'll detonate these when the time comes. Get back to that storage room. I've got it open. Ohne Scheiß, Leute. Meine Hände zittern gerade, als ob ich einen verdammten Schock habe. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe diese Challenge über 10 Stunden locker, wirklich locker über 10 Stunden probiert. Und ich war noch nie an dem Punkt, dass ich es geschafft habe, überhaupt den PC zu Ende zu hacken, ohne dass der gespottet wurde. Doch, 3-4 Mal, aber das war dann halt auch der Punkt, wo ich dann beim, soll ich sagen, ich hatte einmal einen Punkt, bei dem ich den PC sogar fertig gehackt hatte. Aber, als ich dann gerade halt den letzten Pager beantwortet habe, von der Guard, die halt den noch hacken im PC gesehen hat, wurde ich gespottet und habe halt deswegen verkackt. Scheiße. Ich glaube, ich werde jetzt einfach einen Run-For-It machen müssen, anders komme ich hier nicht mehr durch. Scheiße. Leute, aber hier, dreifach Nummer safe, ey. Jetzt mal ohne Witz. Einfach nur noch ins Treppenhaus, dann lasse ich mich oben bei dem Raum runter, snackt mir den Key, geh nach unten. Oh mein Gott. Komm jetzt, bitte. Ich will... Ihr könnt euch nicht vorstellen, was... 5 Stunden konsequentes Trial and Error mit euch anrichten. Der, das, der harte Part kommt jetzt wirklich, erst wirklich jetzt. Ganz, 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 ganz zum Schluss. Bis dato war echt easy, das muss man einfach so sagen. Also, easy jetzt nicht im Sinne von, ja, sonst hätte ich hier nicht 5,5 Stunden gebraucht, nein. Aber die 5 sind Detection Risks, wenn ihr euch einmal daran gewöhnt habt, dann merkt man das tatsächlich kaum. Also ist jetzt meine Einschätzung von der Sache, aber... Oh, scheiße. Rein. Puh, okay. Die halbe Minute hatte ich vorher nicht und ich hab's schon mehrmals fast geschafft. Jetzt heißt es Skill beweisen. Du kannst das, Olli. Okay. Okay. Leute, das haben wir, das haben wir. Einmal langsamer werden. Puh. Geh da rein. Yes! 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 Oh, fuck. Oh, fuck, Leute, yes. Oh, fuck, yes. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck, Leute. Oh, fuck. Ach, du Heilige. Oh. 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 Mir fehlen die Worte. Mir fehlen tatsächlich gerade einfach die Worte. Ich. Hier. Wo ist es? Nicht mein Falco Genie. Hier. I got this. Yes! 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 Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Also das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Display wieder. Bis dann. Haut rein. Ciao.